Bei Kaufregionalen handelt es sich um ein Volksbegehren, welches sich zum Schutz heimischer Betriebe und Arbeitsplätze einsetzt. Ganz im Sinne der FPÖ. Unterstützen wir den regionalen Handel, unterstützen wir unsere heimischen Betriebe und setzen wir ein Zeichen gegen ausbeuterische Internetgiganten. Dieses Volksbegehren bekämpft internationale Online-Riesen, kämpft gegen Steuerungerechtigkeiten und stützt regionale Unternehmer, regionale Unternehmen und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es wichtiger denn je und deshalb ist es ganz wichtig, dass das viele Unterschriften zusammenbringt, damit es in Österreich endlich wieder für die regionalen Unternehmer und für die Leute im eigenen Land nach vorne geht.